Fati Aki, Regisseur von Gegen die Wand und Aus dem Nichts, ist bekannt für seine provokanten Stoffe. In seinem neuesten Film, Der goldene Handschuh, erzählt er die wahre Geschichte eines Hamburger Serienmörders, der in den 70ern vier Frauen umbrachte. Die Hauptrolle spielt Jonas Dastler, der im Film kaum wieder zu erkennen ist. Als Fritz Honka durchzecht er in seiner Stammkneipe zum goldenen Handschuh die Nächte und schleppt immer mal wieder einsame und verwahrloste Frauen ab. Doch niemand ahnt, zu welchen Taten der schmächtige Trinker fähig ist. Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens, um was Schlimmes zu vergessen. Zweitens, um was Schönes zu feiern. Und drittens, wenn mal nichts los ist, ist das, was passiert. Eine Nebenrolle im Film spielt der 16-jährige Tristan Göbel. Also ich bin Willi, ich komme aus einer reichen Gegend und bin alt und auf die Schule jetzt gewechselt, weil mein Vater bankrott gegangen ist, die Firma. Genau, und dann treffe ich ein Mädchen und verliebe mich sofort in sie. Und die führe ich dann sozusagen in den goldenen Handschuh und treffe mich da immer mit ihr. Und ich bin sozusagen so eine kleine Nebenstory. Neben der grausamen Story gibt es auch was Schönes in dem Film. Die Morde werden sehr schonungslos gezeigt, was im Film eine FSK-Freigabe ab 18 Jahren eingebracht hat. Also am Anfang dachte ich mir so, ist das gar nicht so schlimm. Also ich wirklich dachte mir nicht so schlimm, auch als ich das Drehbuch gesehen habe und gelesen habe. Ich fand es schon krass, aber jetzt nicht so schlimm, wie jetzt alle behaupten. Und deswegen macht, glaube ich, die Musik ganz viel außen, die Stimmung im Film. Und deswegen werde ich mir den jetzt gleich anschauen und wahrscheinlich denken, ist schon ganz schön krass. Mit Regisseur Fatih Akin hat Tristan Göbel bereits beim Film Chick von 2016 zusammengearbeitet. Es war auf jeden Fall wieder sehr lustig, genauso wie in Chick, obwohl es ein ganz schlimmer Film ist, war es trotzdem lustige Dreharbeiten. Es macht immer wieder Spaß mit ihm zu drehen. Er bringt immer wieder neue komische Sachen ans Set. Man hat auch sehr viel Freiheit bei ihm, was jetzt das Drehbuch angeht. Also man kann jetzt ändern, was man, also nicht genau jetzt das ganze Drehbuch ändern, aber so von seiner Rolle kann man spielen, was man möchte so ungefähr. Und das gefällt ihm eigentlich und das ist gut. Ich bin ein bisschen rau, aber stark.